Von Chandra trug New York, Erde, soll nach der Verhaftung von sechs Lobbyisten der Firma Torrele Foodstuffs in der vergangenen Woche, denen nun vorgeworfen wird, gegen die Gesetze des Empire verstoßen zu haben. Die den Umgang von Lobbyisten mit dem Senat regeln, geht die Aufregung weiter. In der umfangreichen Liste der Verstöße und Korruptionsvorwürfe wird eine konzertierte Aktion zur illegalen Beeinflussung neuer Rechtsvorschriften zur Lebensmittelsicherheit beschrieben, die derzeit im Ausschuss diskutiert werden. Obwohl sich die Anwaltschaft nicht zu den Ermittlungen geäußert hat, wurden im gesamten politischen Spektrum weitere Anschuldigungen wegen unzulässiger Einflussnahme laut, was zu erneuten Forderungen nach einer Überarbeitung des komplexen Lobbying-Systems des Reiches führte. Viele sind der Meinung, dass das derzeitige Regelwerk unwirksam geworden ist, und einige einflussreiche Stimmen beginnen, die völlige Abschaffung der Institution zu fordern. Die derzeitigen Vorschriften des Senats für Lobbyisten wurden nach dem Sturz der Messerregierung eingeführt, die einen unmoderierten, alles erlaubenden Ansatz zur politischen Einflussnahme verfolgte. Das ursprüngliche Regelwerk, das ein grundlegendes Registrierungssystem für Lobbyisten und einen Loyalität seit vorsah, wurde 2922 als Reaktion auf einen Bestechungsskandal, der dem heutigen nicht unähnlich ist, ersetzt. Neben weiteren Beschränkungen der persönlichen Interaktion zwischen Gesetzgebern und Lobbyisten verlangten die aktualisierten Vorschriften eine stärkere allgemeine Offenlegung für alle registrierten Lobbyisten. Richteten eine Datenbank autorisierter Senatslobbyisten ein, in der alle Treffen und Interaktionen mit der Regierung nachverfolgt werden können, reduzierten den Umfang der direkten Interaktion, die jeder außer einem Wähler mit einem Senator haben kann, erheblich und untersagten die meisten Formen von Geschenken ganz. Das Gesetz wurde damals von der Industrie als übertrieben kritisiert, und es gab erhebliche Proteste von wichtigen Vertretern der Industrie. Nun behaupten Kritiker, dass sich die Lobbyisten an diese Gesetze angepasst haben, indem sie Schlupflöcher gefunden und neue, weniger regulierte Wege entwickelt haben, um die Gesetzgebung zu beeinflussen. Alicia Cain, Vorsitzende der Lobbyisten-Überwachungsgruppe Unto Influence, ist der Meinung, dass das System noch einmal komplett überarbeitet werden muss. Schauen Sie sich die Luft- und Raumfahrtunternehmen an. Sie haben herausgefunden, dass Sie mit der richtigen Werbebotschaft direkt in das öffentliche Bewusstsein eindringen können, ohne mit den Vorschriften in Konflikt zu geraten, sagt sie. Anstatt einen Senator direkt zu kaufen, versuchen Sie nun, den gesamten Wahlkreis dieses Senators zu beeinflussen, und das Ergebnis ist dasselbe, die Reichen werden reicher und das Fenster für Innovationen wird immer kleiner. Wer sagt denn, dass Anvil die besten Kampfschiffe der Galaxis baut, wenn sie die Botschaft kontrollieren und dafür sorgen, dass niemand, der an der Macht ist. Ein Unternehmen wie Draco oder Argo auch nur mit dem Job in Verbindung bringt Trip Gangler, ein Senior Account Manager, der Anvil Aerospace für die Beratungsfirma First Strike betreut, ist anderer Meinung. Tatsache ist, dass das derzeitige System funktioniert. Es gibt heute weniger Lobbyarbeit im Untergrund als jemals zuvor. Ich verstehe zwar die Aufregung über die Verhaftungen, von Torrele Foodstuffs, aber eine zusätzliche Regulierung würde den Prozess nur verlangsamen, und das in einer Zeit, in der eine schnelle militärische Produktion und vor allem eine schnelle Einführung von Ausrüstungen für jeden im Imperium wichtig ist. Ich glaube nicht, dass Lobbyist schon ein Schimpfwort ist, aber ich denke, wir befinden uns in einer besonders heiklen Zeit. Es gibt nur wenig Verständnis für die wichtige Arbeit, die, Senatslobbyisten, leisten, oder für das hohe Maß an Kontrolle, dem wir bereits ausgesetzt sind. Von ein paar schlechten Äpfeln abgesehen, wird unsere Arbeit nach ethischen Grundsätzen ausgeführt und ist für den Fortschritt unseres politischen Prozesses unerlässlich. Gangler, ein überschwänglicher Erdenbürger Mitte 50, ist ein altgedienter Marineoffizier, der bis zum Kommando einer Helme hat aufgestiegen ist, bevor ihn eine Kampfverletzung in den Ruhestand zwang. Ganglers Firma First Strike arbeitet direkt mit Gesetzgebern zusammen, leitet die Öffentlichkeitsarbeit und führt umfassendere Projekte durch, um die verschiedenen Interessen seiner Kunden zu wahren. Das Unternehmen beschäftigt rund 3500 Mitarbeiter in den wichtigsten Märkten, wobei die meisten Arbeiten derzeit in Anvil Aerospace vergeben werden. Das Kernteam befindet sich in einem kleinen Hauptquartier in der East 73rd Street in New York Erde, so ein System, nicht weit vom Senat entfernt, was es zu einem geeigneten Standort macht, um das größte Luft- und Raumfahrtunternehmen des Imperiums zu unterstützen. Seine Vertrautheit mit der militärischen Führung und sein scheinbar endloses natürliches Charisma machten ihn zu einer idealen Besetzung für First Strike, als er 2938 eintrat. Die Tage der importierten terranischen Steaks und des freifließenden Radegast waren vor meiner Zeit, erklärt Gangler. Seit 2022 wird alles, was mehr als 50 Credits kostet, akribisch protokolliert, erklärt und überprüft. Ich kann Ihnen sagen, wie viele Stifte mein Büro vor einem Jahrzehnt benutzt hat, und ein halbes Dutzend Aufsichtsbehörden auch, aber Stifte spielen keine Rolle, fährt er fort. Die Galaxie ist ein unglaublich komplexer Ort, und an jedem beliebigen Tag wird ein Senator mit seinen Mitarbeitern über alles Mögliche verhandeln, von den Rechten von Lebewesen bis hin zu den komplexen Details der Spectrum-Rundfunk-Lizenzierung. Und dazwischen erledigen sie ziemlich wichtige Aufgaben, wie die Auswahl der Waffen, die zur Verteidigung unserer Planeten eingesetzt werden. So wie ich es sehe, ist es unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass sie die Informationen haben, die sie für diese wichtigen Entscheidungen brauchen. Viele Leute außerhalb der Branche sind überrascht, wenn sie erfahren, dass ich nicht mehr als ein oder zwei Stunden pro Woche mit Politikern spreche, erklärt Gangler. Das alte Klischee des gutmütigen Lobbyisten, der auf die Schulter klopft und Gefälligkeiten verteilt, hat in der modernen Regierung keinen Platz. Die meisten derjenigen, die eine Reform fordern, glauben nicht, dass das, was wir anbieten, eine wesentliche Dienstleistung ist, aber die Wahrheit ist, dass Lobbyisten weit mehr als nur Petitionen an Senatoren im Namen unserer Kunden eingereicht haben. Wir sind eine lebenswichtige Ressource, die zum integralen Bestandteil des Gesetzgebungsprozesses geworden ist. An den meisten Tagen in der Woche finden Sie mein Büro bei der Arbeit, um Antworten auf einige der schwierigsten Fragen des Senats zu finden. Glauben Sie mir, wenn ich sage, dass Sie besser schlafen werden, wenn Sie wissen, dass die Leute, die Entscheidungen über ihre Verteidigung treffen, sofortigen Zugang zu Daten darüber haben, dass die Hornet aus dem aktuellen Jahr der Gladius überlegen ist oder dass die Versorgungsgitte der Flotte voraussichtlich so erweitert wird, dass zusätzliche Tanker, Beibote und Reparaturschiffe benötigt werden. Ich meine, angesichts der feindseligen Zustände da draußen möchte ich sicherstellen, dass sie die richtige Wahl treffen, um unser Imperium zu schützen, Kritiker wie Kane behaupten, dass das meiste, was Lobbyisten tun, kaum mehr als gezielte Werbung ist. Lobbygruppen geben immer größere Teile ihrer Budgets für Werbung und dynamische Medien aus, um ihre Botschaften bei Entscheidungsträgern und der wählenden Bevölkerung einzuprägen. First Strike unterhält eine Prozessgruppe, die sich ausschließlich damit beschäftigt, die Marke und die Produkte von Enville Aerospace an alle zu lizenzieren, von Tiefkühlkostherstellern bis hin zu Holoherstellern. Dank dieses rationalisierten Prozesses ist allein die Hornet von Enville im vergangenen Jahr in über einem Dutzend Werbesputz für Marken aufgetaucht, die nicht direkt mit dem Schiffshersteller verbunden sind. Auf Spectrum können zugelassene Produktionen, die von echter Hardware profitieren würden, sogar kamerataugliche Hornets, Gladiators und andere Schiffe zu Preisen unter dem Industriestandard erhalten. Von Schulessen mit den Abenteuern einer Karak-Pionier-Crew auf den Verpackungen bis hin zu Hurricane-Silhouetten, die Einwegspielkarten ziehen, Lobbyorganisationen wie First Strike geben Milliarden aus, um sicherzustellen, dass ihre Schützlinge so weit wie möglich bekannt sind. Über First Strike investiert Enville auch stark in die Beeinflussung der Militärmedien. Die Ergebnisse sprechen für sich, die Raumschiffe Hornet und Gladiator sind mit Abstand die häufigsten Motive, die überall zu sehen sind, von Rekrutierungspostern bis hin zu Propagandasendungen im Weltraum. Auch hier ist Gangler der Meinung, dass die Marke Enville in erster Linie mit militärischen Erfolgen in Verbindung gebracht werden muss, um sicherzustellen, dass das Unternehmen seinen Status als Hauptauftragnehmer behält. Wenn man es den Buchhaltern überlässt, erklärt Gangler, wird man jedes Mal das Schiff mit der schlechtesten Leistung haben. Es lohnt sich für jeden Einzelnen, darauf hinzuwirken, dass die Verantwortlichen das Richtige tun und nicht das Billige. Angesichts der zunehmenden Forderungen nach Transparenz und der bevorstehenden Gesetzesvorlage zu den Militärausgaben, die eine erhebliche Ausweitung des F-8-Programms von Enville genehmigen soll, hat Gangler eine Menge Arbeit vor sich. Trotz seiner beherzten Verteidigung der Rolle des Lobbyismus bei der Gesetzgebung ist es klar, dass es noch Fragen gibt, die beantwortet werden müssen, und dass es tiefe Bedenken hinsichtlich des Ausmaßes der Kontrolle gibt, die ein einzelnes, gut finanziertes Unternehmen über Themen haben kann, die für so viele Menschen im gesamten Empire wichtig sind. Angesichts der Tatsache, dass selbst angesehene Unternehmen wie Enville Aerospace und Aegis Dynamics Milliarden in eine immer umfangreichere Öffentlichkeitsarbeit stecken, wird die Frage der Aufsicht immer wichtiger. Wenn etwas so harmloses wie ein Lebensmittelkonzern wie Torele scheinbar unkontrolliert die Sicherheitsbestimmungen der Regierung kontrollieren kann, fragt Kane, könnten dann Entscheidungen, die die Verteidigung unserer Planeten betreffen, bänlich einseitig sein? Verlieren andere Unternehmen aufgrund ihrer Hardware oder weil ihre Konkurrenten mehr Geld für Lobbyarbeit ausgeben, Aufträge für das Militär? Es wird immer wahrscheinlicher, dass sich der Senat mit diesen Fragen direkt befassen muss. Komma, Bildanhang, Groß, Lobbüßzahmde.